Let's Play Mario Kart 8 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 Also wenn man einmal in der Fahrerauswahl ist Wenn man einmal zu schnell angerückt hat, dann kommt man einfach nicht mehr zurück Man kommt einfach nicht mehr zurück Man muss warten, bis man eine Gruppe gefunden hat Bis man dabei zugeguckt hat, um dann wieder raus zu gehen Na, ich würde gerne einfach nur die Lobby verlassen, danke Hat jetzt ja zum Glück nur drei Minuten gedauert Um DLCs anstellen zu können So, wo haben wir es? Online, global Mit DLCs, bitte Danke So Mega Man Kostüm Ich glaube, sieht auf jeden Fall auf Anhieb gar nicht mal so schlecht aus Das ist halt ein lustiges Mega Man Kostüm, ne? Das ist halt nicht irgendwie was Eigenes Das ist nicht was komplett Neues, sondern Es ist halt einfach ein komplett So desigendes Kostüm, das halt aussieht Wenn man ein Mega Man Kostüm hat Ähnlich wie das Super Smash Bros Mega Man Kostüm, was jetzt mit dem DLC dazu gekommen ist Ist halt nichts mega spektakuläres, sag ich mal Ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Wario oder bei Pac-Man beispielsweise So was komplett Eigenes gemacht hat Sondern es ist halt einfach ein klassischer Mega Man Klassisches Mega Man Kostüm Was aber auch nicht schlecht ist Denn Mega Man ist ja quasi Also eigentlich ist es ja glaube ich so ein Roboter in der Art So eine Massenvernichtungsmaschine sollte der glaube ich irgendwie sein Wenn ich die Story richtig im Kopf habe Aber er sieht ja quasi aus, als wenn es ein Junge im Anzug wäre Optisch zumindest sieht es aus, als wenn ein Junge im Anzug wäre Und jetzt sind wir quasi der Junge, der in dem Anzug steckt Also Kostüm passt auf jeden Fall Wir sind auch nicht zu spät hier in der Strecke dabei Das war gerade die letzte Runde, sehr schön Japaner als Erster, was hat man sich aus uns erwartet Tony ist Zweiter, der fällt mit einem Zelda-Kostüm Amibe-Kostüm Auch hier muss ich sagen, hat man bei der zweiten Kostümwelle Meiner Meinung nach auch wieder ein bisschen mehr Bemühungen gehabt Also ich sehe hier auf jeden Fall bei den Kostümen wieder etwas mehr Details Als noch bei den ersten, wenn man sich zum Beispiel das Oh, Big Blue, bitte Wenn ich mir zum Beispiel das Link oder das Mario, das Luigi-Kostüm angucke Die sind halt wirklich sehr, sehr standardmäßig Sehr, sehr, ja, halt einfach nur die normalen Standard-Kostüme Normale Standard-Rent-Outfit Nur mit einer anderen Farbe oder mit einem anderen Symbol drauf und so Die Neueren können da schon ein bisschen mehr Aber wir haben ja auch noch ein paar Ältere, die wir noch nicht gesehen haben Beispielsweise Captain Falcon, Beispielsweise Peach Beispielsweise Mario Peach und Mario besitze ich ja leider nur in der Smash Bros-Version Hätte ich ja auch gerne in der Mario Bros Edition gehabt, weil ich die einfach hübscher finde Aber was soll's Hab ich halt nur so Ja, dann kosten wieder 40 bis 50 Euro und da hab ich wieder keine Lust drauf Ich hab halt nur die Amiibos gekauft, bis dann wirklich ausschließlich nur Amiibos gekauft Die man zu Normalpreisen bekommen hat Also ich hab die nicht von Dritthändern und so gekauft, sondern immer nur von den Originalhändern Also im Bereich von 13 bis 15 Euro haben die gekostet Ich glaub der Smash Bros Mario Amiibo hat sogar nur 12,50 Euro gekostet Das heißt nur, das ist jetzt auch nicht so wenig Deswegen möchte ich eigentlich auch nicht mehr für mein Amiibos hinblättern Aber wie gesagt, solange Nintendo nicht der Meinung ist, die nachproduzieren zu müssen Da hab ich's komplett verkackt, die Kobe übrigens Wonach es momentan nicht so aussieht Also der Marth Amiibo wird wohl in den USA nachproduziert Für Europa wurde da ja keine Bestätigung gemacht In den USA wird der Marth Amiibo wohl nachproduziert Einfach wegen Coden im Steam jetzt Dass die Leute, die den verpasst haben, noch die Chance haben, den sich nochmal zu kaufen Ike war da wohl noch ansatzweise vorrätig Und Daraein und Messina sind ja gerade erst rausgekommen Alter Leute, ernsthaft Also war Marth wohl der Einzige, der da zur Zeit noch sehr, sehr, sehr rar war Ike war wohl auch schon etwas seltener Aber Marth war wohl sehr, sehr rar, weil er halt auch schon sehr, sehr alt ist Und für die Leute, die sich den damals nicht gekauft haben Weil sie sich gedacht haben, hey, ich brauch die nur für Mario Kart Und was mehr Spaß brauch ich denn nicht unbedingt Und die jetzt denken, scheiße, ich will mir Coden im Steam kaufen Aber ich hab Marth nicht Dafür wurde der in den USA halt nachproduziert Insgeheim hoffe ich mir, sowas noch für die anderen Amiibus Aber es ist ja irgendwie schon sehr unwahrscheinlich Ich glaub, für Japan wurden natürlich die sehr, sehr seltenen Also Rosalina, Ike Äh, Ike sag ich schon Rosalina, Schulk, Little Mac Und Pit wurden, glaub ich, da nochmal angekündigt Dass sie nachproduziert werden Für Europa ist dabei auch nichts angekündigt Also die USA und Japan bekommen wieder Nachproduktion Ja, Europa hat mal wieder Arschkarte gezogen Also wenn da nicht noch zeitnah irgendwie was nachproduziert wird Dann werde ich wahrscheinlich zwangsläufig Weil ich gerne alle hätte Als Nintendo-Fan hätte ich sowas tatsächlich doch gern Äh Werde ich da eventuell doch irgendwie drauf zurückgreifen müssen Mir einen vielleicht mal zu einem etwas teureren Preis kaufen zu müssen Es wären ja, wie gesagt, in Anführungszeichen Nur Rosalina, Schulk, Little Mac König, DDD, Meta Knight, Pit Mario in der Super Mario Bros. Edition Und Peach in der Super Mario Bros. Edition Ja Einfach mal mit der Rakete kurz auf den ersten Platz cheaten Und auf den zweiten kann ich auch Diese Cheater-Franzosen Das ist ja mal wieder ganz eindeutig gewesen hier Einfach mal Sekunden vorm Ziel Plötzlich eine Rakete zu bekommen Die bei mir unten gar nicht angezeigt wird Als Warnung Und einfach mal an allen vorbeiziehen Und auch Zweiter werden So hat man das gerne Wehe irgendeiner von euch Wie die Bowser-Großstadt-Kacke Ich will endlich die Herbst-Variante von Animal Crossing zeigen Dann habe ich meine Pflicht hier erfüllt Euch alle Versionen der Strecken zu zeigen Das kommt schon Fubu-Weide Leute Ernsthaft Oh, es ist nur eine 50-50 Chance Dass Animal Crossing-Stadt drankommt Ach, aber sie kommt dran Oh, Herbst-Variante kommt schon Eine einvierte Chance jetzt Die 50-50 Chance haben wir schon geschafft Jetzt können wir doch auch die 25% Chance hier schaffen Ja Spiel Es ist die Herbst-Variante Ja, geil Freut mich Damit habe ich es jetzt tatsächlich geschafft Euch mit dieser Strecke hier auch noch Die letzte Variante Der Animal Crossing-Strecke zeigen zu können Dann können wir aber auf die Musik Jetzt hat sich ja wieder die Rastzeit geändert Ich fahre extra mal hinten Damit man hier ein bisschen ruhigere Musik hat Ganz klassische Animal Crossing-Musik jetzt Ach, die erinnert mich auch nach alte Zeiten Animal Crossing Wild World Wie ich das damals gesuchtet habe Das war echt nicht mehr Feierlich Das war echt schon eine ganze Menge Ich erinnere mich dann noch Wie ich im Urlaub Mit meinen beiden kleinen Geschwistern war In Dänemark Und da war so Scheißwetter Das war so ein Scheißwetter Das hat draußen gestürmt Das hat geregnet Das hat gewittert Und wir saßen Hatten halt so eine Wohnung Am Dach Und das Dach war nicht wirklich dick Das heißt man hat wirklich jeden Regentropfen gehört Als wenn er auf eine Plane irgendwie Plattern würde Das war lauter als unter einem Pavillon Und wir saßen da im Zimmer Und haben einfach Ja Die ganzen Nein, nicht den ganzen Tag Wir waren über dem Regen Über dem Sturm Und dann auch trotzdem mal draußen am Meer Aber haben trotzdem Eine ganz schön große Zeit am Tag Einbrenner mit Körschen gespielt Das war einfach mega entspannend Dann Wenn der Regen aufs Dach plattert Und du dann einfach da rumläufst Deine Bäume pflanzt Dein Obst verkaufst Fische fängst Seltene Fische fängst Und zum Museum bringst Oder welche wieder verkaufst Fische mit Flosse suchst Das ist schon sehr, sehr, sehr Entspannend gewesen Deswegen mag ich eine Bekostung auch bis heute noch Und deswegen Mir ist übrigens auch erst Vor kurzem aufgefallen Dass es tatsächlich möglich ist Die Früchte, die hier rumzulegen Als Art Pilzersatz zu nehmen Also als Dass die genauso ein Turbo bringen Wie ein Pilz Ist mir auch erst Gerade erst aufgefallen Also eine Runde Habe ich privat gefahren Auf dem Ding hier Und da bin ich da Auswind rüber gefahren Ich dachte immer Das wären Hindernisse Aber Das sind natürlich gute Sachen Also das konnte ich euch Jetzt auch nochmal zeigen Jetzt haben wir auf jeden Fall Alle vier Varianten Von Animal Crossing gesehen Und da sind wir doch auch mal Fröhlich drüber Sehr glücklich Das heißt Ich muss jetzt nicht mehr Zwangsläufig Animal Crossing Dorf nehmen Wenn andere Strecken Die ich lieber spielen möchte Zur Auswahl sind Kann man natürlich Immer nochmal fahren Aber meine Pflicht ist erfüllt Euch alle Varianten zu zeigen Das war aber ein ziemlicher Glücksfall eben Dass wir erst die 50-50 Chance Gewonnen haben Dass die überhaupt drankommt Und dann nochmal die Einviertel Chance Dass auch die Herbst Variante drankommt Aber man muss auch mal Glück haben im Leben Und vor allem muss man Noch mal Glück haben Im Mario Kart Part Und ich weiß nicht Was die Leute immer Ein Tic-Tac-Trauma haben Ich mag die Strecke Einfach nicht so gern Und trotzdem Wehen sie immer alle Es ist nicht so toll Finde ich nicht so schön Käseland ist doch schöner Und es kommt Tic-Tac-Trauma Ja Da haben wir die Chance Dann wohl wieder verkackt Macht aber nichts Nach wie vor Derjenige mit den Drittwenigsten Punkten In der Lobby Bedeutet Dass wir natürlich Für einen höheren Platz Auch wesentlich mehr Punkte Bekommen würden Als wenn wir In einer niedrige Gepunkteten Lobby Fahren würden Bringt einem also alles Schon mal ein bisschen mehr Hier zu fahren Das bedeutet Ich kann bei Der Strecke hier Auch ruhig mal verkacken Ohne die Angst haben So ein bisschen Viele Punkte zu verlieren Wobei viele Punkte Verliert man hier Jetzt eh nicht so krass Das ist nicht so easy Wie bei Mario Kart 7 Wo man eigentlich Gar keine Punkte verloren hat Aber dafür auch fast Gar keine Punkte bekommen hat Für den Sieg Es ist hier quasi So ein Mittelding Zwischen Mario Kart Wii Und Mario Kart 7 Mario Kart Wii War es ja so Sobald du gewonnen hast Hast du schon Punkte gekriegt Sobald du verloren hast Hast du aber so krass Viele Punkte verloren hast Dafür dass du wieder Fünfmal gewinnen musstest Mario Kart 7 Habe ich hier eben erklärt Wie es war Hier in Mario Kart 8 Das ist so ein bisschen Durchschnittlich Dass wenn man gewinnt Bekommt man halt Je nachdem wie gut die Punkte Der anderen sind Auch mal vernünftige Punkte Wenn man verliert Verliert man halt nicht Wirklich so viele Dass man sich da Krass drüber ärgern muss Aber man verliert Dann auch ein bisschen was Sodass man sich dann halt Theoretisch noch irgendwo In seinem richtigen Punktelimit Einpendeln kann Obwohl es trotzdem Immer noch so ist Wie Mario Kart 7 Dass man nicht Zwangsläufig der Beste Die meisten Punkte hat Sondern meistens So ist es derjenige Der am meisten spielt Die meisten Punkte hat Wenn man dann doch Mehr Pluspunkte Als Minuspunkte kriegt Das heißt auch Wenn du ziemlich scheiße bist Dann kannst du mit 200 Rennen Oder keine Ahnung Mit 3000 Rennen Auf jeden Fall schon mal Eine sehr sehr hohe Punktzahl erreichen Obwohl du es von deinem Skill eigentlich gar nicht Verdient hättest Weil Nintendo mit diesen ganzen Rangsystemen Bislang noch nicht ganz so Super überzeugen konnte Weder bei Mario Kart Wii Noch bei Mario Kart 7 Noch bei Mario Kart 8 Bin ich mal sehr gespannt Was man bei Splatoon Denn so macht Splatoon ist ja Ein Spiel Was halt auch Kompetitiven Multiplayer-Modus Unterstützen soll Also ein Multiplayer-Modus In dem man halt Auch auf Ja Quasi Teamplay-mäßig Rangähnlich spielt Und damit halt auch Anderen Shootern Damit so ein bisschen Konkurrenz machen soll Die es halt sonst nur Hauptsächlich auf PC Und Co. gibt Wo man halt wirklich Gerankt werden soll Und dann bin ich dann Echt mal gespannt Wie das Rangsystem Umgesetzt wird Wenn das nämlich gut umgesetzt wird Dann kann nämlich Splatoon auch schon Sehr sehr schnell Einen Reiz verlieren Und genau aus dem Grund Nehme ich mir Bei meinem Splatoon Let's Play Was wahrscheinlich Tatsächlich kommen wird Nicht ganz so viel vor Sondern wir werden uns Da einfach in den Online-Modus stürzen Und schauen wie der so ist Und wenn er mir nicht gefällt Dann ist da 5 Parts Schluss Und wenn er mir gut gefällt Dann können wir da ruhig Eine große Reihe draus machen Das werden wir dann Auf jeden Fall sehen Auf jeden Fall werde ich mich Glaube ich nicht mehr Über Tic-Tac-Trauma beschweren Denn wir sind ja einfach mal Souverän Erster geworden Das habe ich auch nicht erwartet Ich weiß auch gar nicht Wie viele Strecken Hatten wir jetzt schon Könnten schon 3 sein Ne Wir hatten das Animal Crossing Dorf Wir hatten Tic-Tac-Trauma Und ich meine Vor allem Animal Crossing Dorf Hatten wir schon eine Ich überlege nur gerade Krass welche das war Ähm Ähm Äh Ja Weiß ich natürlich noch ganz genau Gefällt mir ich gerade nicht ein Ich weiß dass wir am Anfang In der falschen Lobby waren Dass ich da nochmal raus musste Vielleicht habe ich auch nur zugeguckt Ich will den Part nicht zu wenig Strecken drin machen Wenn mir nicht gleich wieder einfällt Welche Strecken das war Dann mache ich lieber noch eine mehr Am Ende Aber zeitlich sollte es auch gut hinkommen Dass sie jetzt die 4. ist Mir fällt es einfach nicht wieder ein Was wir davor noch gefahren sind Vor allem Animal Crossing Dorf Was war denn da Habe ich da nicht Big Blue gewählt Aber es kam nicht Big Blue dran Eigentlich hätte Big Blue gewählt Es war auch Äh Die Hyrule Strecke zur Auswahl Aber es kam eine ganz andere dran Bei der 2. war die Animal Crossing Strecke zur Auswahl Und die Kumbu Weide wurde noch gewählt Jetzt gerade eben war Tic Tac Trauma Und Käseland Die beiden gewählten Auswahlen Die spielen bei Various Gold Mine Also da muss noch was vor gewesen sein Vor Animal Crossing Statt Weil wie gesagt Ich weiß noch dass ich Big Blue gewählt habe Und es nicht dran kam Mit anderen Worten Damit habe ich jetzt eigentlich schon die Bestätigung Dass wir 4 Rennen haben Und deswegen wollen wir keins mehr danach machen Wie gesagt Ich gönne euch das doch durchaus Dass ich auch mal 5 Rennen pro Part machen würde Eigentlich Einfach nur wenn ich jetzt dazu übergehen würde Wieder 5 Rennen pro Part zu machen Würde ich einfach nur auch Einen Part weniger täglich produzieren können Und ihr solltet hinterher nicht mehr davon haben Weil dann würde einfach einen Tag dann wieder Mario Kart aussetzen Das heißt ich mache einfach 4 Parts pro Tag Und dafür Sorge ich dafür Dass es nicht mehr aussetzt Bis wir mit den Amiibos durch sind Das ist glaube ich Eine wesentlich bessere Alternative Ach Mario komm schon Könnte jetzt aber nicht sein Bis das uns dann noch wieder wegramst Und du hast uns zwar Turbo gegeben Aber Ich hasse dich Immer diese Japaner Immer diese Japaner Geh du schießt den Grünen auf mich Geh Ich hasse dich Immer diese Japaner Das kann nicht Nicht wahr sein Warum gehen die nur auf uns Haben die was gegen Megaman Ich dachte wir mögen alle Megaman da Mann ey Das war echt nicht notwendig Gut Jetzt müssen wir uns da vorne Wieder durchquetschen Da sind sogar 2 Warios mit dabei Ich weiß nicht warum Wario gerade so krass in den Trends ist hier Also mit dem Grund Wird ja viel gespielt Ich weiß noch gar nicht Warum der Wario da vorne Okay Deswegen schießt die Seine roten Panzer nicht ab Weil er mit dem einfach mal Souverän auf dem ersten Platz bleibt Ich hoffe er schießt ihn jetzt Nicht gleich nach hinten Sondern behält ihn als Schutz dabei Weh der geht nach uns Nein der geht nicht nach uns Oh Gott der geht nach uns Fallziel Boah Puh Und zwar bin ich zufrieden Es waren sogar 3 Warios mit Aus irgendeinem Grund Ist der gerade voll in den Trends 4 Warios Ach du Scheiße Okay Kann man auch mal machen Hm Naja gut Das war auf jeden Fall Die vierte Strecke für diesen Part Anscheinend Ich hoffe an dieser Stelle Ihr hattet Spaß Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein Und Ja dann gibt's den nächsten Namibu Also bis dann Und auf Wiedersehen Ok Jäufe Okay Däuner